Vorsicht, Mr. Heskins. Es geht um Ihr Leben. Jetzt! Kopf weg! Sie sind nicht der Einzige, der Professor Z sucht. Denn sechs Pistolen jagen Professor Z. Was ist das? Eine Erfindung zahm, das ist ein Stahl, der völlig kugelsicher ist und alle konventionellen Waffen schrottreif macht. Kein Wunder, dass alle Großmächte diese revolutionierende Erfindung in ihren Besitz bekommen wollen. Darum jagen sechs Pistolen Professor Z. Zandor ist entführt worden. Das kann ja wieder heiter werden. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Jenny Renoir. Ich begrüße Sie im Namen unserer Gesellschaft und werde mich bemühen, Ihnen auf dieser kurzen Rundfahrt durch Lissabon einen kleinen Eindruck von der Schönheit unserer friedlichen Stadt zu vermitteln. Die Geheimdienste schicken ihre besten Agenten nach Lissabon. Für wen arbeitet Peter van Eyck? In wessen Auftrag arbeitet Antonio Villar? Gehören Klaus-Jürgen Wusso, Korni Collins und Letizia Rohmann auch dazu? Moment mal, wir sind noch nicht fertig. Ziehen Sie sich aus. Na los. Hände hoch. Wenn ich Sie festnehmen lasse, werden Sie sich wahrscheinlich die Botschaften Ihrer Länder einmischen. Ganz bestimmt. Es gibt diplomatische Kopfschmerzen. Vorher, ich bin einfach. Sie legen die Arme um meinen Nacken, hören mit dem Detektivspielen auf und versuchen, eine Frau zu sein. Was machen Sie denn an meinem Bett? Warten, um mit Ihnen auf den Ball zu gehen. So nackt? Wäre ich keine hübsche Eva? Wir müssen Sie und die beiden Männer aus dem Weg räumen, sonst bekommen wir Zander und die Formel nie in die Hand. Entdeckungschef! Die wollen mit dem Wagen abhauen. Haben Sie gewusst, dass mehrere Anschläge auf das Leben Ihres Mannes verübt wurden? Ja, so viel ich weiß, zwei. Was wussten Sie von den Attentaten? Nur, dass es nicht zwei, sondern fünf war. Und was machen Sie? Ich habe versucht, die Patente des neuen Stahls zu kaufen. Rätsel über Rätsel um Professor Z. Bleibt, wo ihr seid, und werft die Waffen weg. Was ist? Sind Sie verletzt? Der Professor ist in Lebensgefahr. Röster, im Fagen ist eine Zeitbombe. Sechs Pistolen und ein einziges Ziel. Sechs Pistolen jagen Professor Z. Und fangen ihn. Demnächst in diesem Theater.